Jaja wasserlos, hier ist wieder der Benni und da haben wir von den 2 Epic Buddies zu einem neuen Video von uns und heute gibt es das geplante und überaus pünktliche 100.000 Abonnenten-Special Und ja guckt mich die ganze Zeit zu mir hinterher an Wir haben heute 100 Packs für euch die wir öffnen werden, da werden auf jeden Fall ein paar krasse Waffen zu Geplante 100.000 Abonnenten-Special Das pünktlich kommt ja Ich glaub es sind noch 5.000 Abonnenten oder so zu den 200.000 Abonnenten, aber juckt ja keinen 100.000 Abonnenten-Special auf jeden Fall pünktlich am Start 100 Packs, warum nicht und ich würd sagen wir starten mit den ersten Zähnen Ich hoffe Benni zieht einfach gar nix, ich zieh den immer abwechselnd mit ihm ziehen Packs Oh ich freu mich schon so fucking hart jetzt Eine krasse Waffe zu ziehen und erstes Pack Team uns was gelles Die Lieter Die Lieter Die ist gut Shit Was ist da los? Nein ich mach nen krassen Start Ich danke dir Call of Duty dass du uns gratulierst zum 100.000 Abonnenten-Special Und gleich dir keine Waffen gibst Richtig geil Vorher wir ziehen alles auf Sam & Count Das heißt ich hab eigentlich gar nix davon als Juppie Also wenn ich jetzt keine Waffen ziehe sind die alle für ihn Ich hoffe ich zieh nur Scheiße Ja wir machen das also immer abwechselnd Er zieht 10 Packs Ich 10 Und ja nächstes Pack Das sind nie zu lange gedaufte Elite 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 Oh fuck Nächstes Pack Ich mach hier kurz öffn Du mal kurz ein Pack Erstmal leiser machen Genau Brauchen Sound hallo Das war so? Ich glaubte lieber wieder weiter Ich zieh ein Pack und was kommt mir Scheiße Elite Elite Zwei Elite Alter was da los Und nur Kacke zum anziehen Das juckt ja keinen Wir wollen krass Sachen Wir brauchen heute was hast du noch nicht Die Inferno brauchen wir vielleicht Ja Und was noch In Sanity wär auch noch geil Und ich spiel ja gerade jetzt auf die Xbox 2 Das heißt Da hast du auch nicht die Obsidian Steel Warte warte Irgendeines Okay das öffnet Elite Obsidian Steel Ey Rast auf Oh 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 Yes Yes Motherfuckers Yes 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 Oh Shit Motherfucker Ich kann nicht mehr Oh Yes 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 Oh Fuck Oh shit Oh So Nächstes Pack Weiter geht's Es Was Eskalier Oh Oh Shit Oh 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 Was Oh Oh nicht mehr 10 Packs und nur geile Sachen. Oh, der Hut kann man sich auch keinen. Oh, shit. Oh, fuck. Das ist geil. Ey, was ist da los? Wie geil sind die Packs, bitte? Let's go, Elite. Öko-Helm, Öko-Helm. Nein, Öko wird gleich mal weggeschmissen. Juckt ja keinen. So, ich bin jetzt dran, jetzt darf ich hoffentlich was geiles ziehen. Komm, bitte. Keine Elite. Das ist so klar. Ey, ich bin verflucht bei dem Spiel, sagst du. Oh, aber? Okay, das Ex ist aber geil, kann man schon sagen. Sieht krass aus. Warte, ich will mir das jetzt kurz mal ansehen. Ja, Alter, das sieht schon geil aus. Warte, geh mal auf das linke da. Na gut, ne. Das ist geil, das ist geil. So, nächstes Pack. Oh, Marco, es ging richtig geil los. Oh, shit. Oh, SN6, Manni. Jetzt hast du beide Elite veranstaltet. Ja, oh, shit. Ey, Leute, wenn da nicht, es müssen eigentlich alle geilen dabei sind. Oh, oh, what the fuck? Oh, das sieht ja geil aus. What? Einfach pack ihn drauf. Ja, lass mich gleich drauf, komm. Let's go, nächstes Pack. Oh, shit. Oh, oh, ist noch eine Elite-Waffe. Geil. Oh, Gott. Die hat, die hat, hast du, hattest du nicht einen PC oder so? Keine Ahnung. Weiß gar nicht. Weiß ich selbst nicht. Boah. Komm. Elite, Elite. Wo? Ja, geil. Das habe ich auch schon auf den PC gezogen. Was ist denn das? Das ist ein Exo, Surfer Exo. What? Pack drauf. Okay. What the fuck? Aber mich nicht. Okay, komm. Jetzt noch eine geile Elite-Waffe. Bro, was soll das? Ey, das geht ab. Ey, wenn das nicht das krasse ist, der Pack. Nach 7 sind Packs, keine Ahnung, wie viele Elite-Waffen. Scheiße, Mann. Komm, nächstes Pack. Oh, schade. Wie was da abgeht. Komm, irgendeine geile Elite-Waffe. Elite, Elite, Elite. Aber die Cowboy-Stiefeln, auch am Start. So, ein Pack noch, das muss sein. Boah, schade. Aber, bis jetzt noch keine Ahnung mehr dabei. Ist auch schade. Ey, wenn die Pro-Pack kommt, ich hab' bereits raus. Oh, shit. Bitte, ey, bei der Insanity da würde ich ausrasten. Aber es sind jetzt schon so geile Waffen dabei. Ja, also, Elite. Es war eigentlich jetzt schon ein erfolgreiches Pack-Up. Wie oft die fucking MK14 schon wieder dabei ist, juckt mich gar nicht das Ding. Oder die Amelie auch. Ey, komm. Elite? Ja, das ist von dem Anzug, die auch nicht schlecht. Wir brauchen wieder ein paar Elite-Waffen. Komm, let's go. Oh, wieder ein Exo. Oh, das wird scheinbar Exo. Auch nicht schlecht. Oh, yes. Komm. Elite, Elite. Ah, zwei Exos, Elite. Was ist da los? Ein Scherz. Komm, nächstes Pack. Oh, Elite. Oh. Das Elite-Feeling. Ja. Oh, der Witz. Komm. Ah, fuck. Komm, bitte. Jetzt fragen wir wieder Elite. Let's go. Oh, Mann. Anzeige ist raus. Ich kann jetzt, komm. Elite, Elite. Das Exo ist, ich finde das so geil. Ich möchte das unbedingt haben. Das Homo Exo? Ja, unbedingt. Aber das habe ich auf dem PC auch schon gezogen. Richtig. Komm. Jetzt was. Oh. 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 So, jetzt bin ich wieder dran. Oh, ich wollte eigentlich weiterziehen. Jetzt kommt bei mir wieder was Gutes, ich sag's dir. Oh, wo ich meine Hand hab. Oh. Oh. Oh, ist das schön. Oh, ist das schön. Oh, ist das schön. So, was hat man nicht gesehen. Ich fühl mich verarscht. Weißt du, warum? Weil das deine jetzt ist und nicht ein Sanity. Oh, Gott. Oh, Gott. Ich fühl mich verarscht, ganz ehrlich. Ich hab die Eberfels nicht mal. Die hat er, weil ich die für ihn gezogen hab. Drei Exos, äh, Dribble Elite. Ey, was ist da los? Komm, let's go. Nächstes Pack. Elite. Oh, ja. Sieht auch nicht schlecht aus. Elvig. Oh, nix. Ich hab's nicht. Ich hab mich nicht gewartet. Ah, Mann, Mann. Oh, spannend. Jetzt hast du wenig halt fünf. Was ist da los? Du kommst das entfernt nicht mehr aus. Ey, das ist so unglaublich. Ich hab mich nicht gewartet. Oh, was? Oh, was? Oh, was? Cripple Elite. Zwei Elite Waffen. Was da? Ich pack's doch nicht mehr. Ich pack's nicht. Ohne Witz. Es eskaliert, Leute. Ohne Scheiße. Es eskaliert. Cripple Elite. Zwei Elite Waffen. Was ist die Chance davon? Guck dir mal an, was wie viele Waffen sind die ganze Zeit. Hey, was ist da los? Okay, Nächstes, komm. Oh, fuck. Oh, Elite. Oh, Elite. Oh, das ist grad'n Lauf. Bei dir, Leute. Auf jeden Fall. Komm. Oh, meine geile Elite Waffen. Oh, Micky. Was ist da los? Guck dir mal an. Tripple Elite wieder. Hey, wie sie fangst, dick. Oh, ich pack's. Ohne Witz jetzt. Was ist da los? Wenn ich dann meine Packs öffne, mein 100er Pack, und ich das nicht bekomme, krass, da ist auf jeden Fall die Anzeige raus. Oh, Gott, ich pack's grade nicht mehr, Alter, was da drinnen ist. Ich kann nicht mehr. Holy shit. Hipshot. Einmal neun. Oh, ich fähre jetzt. Adi, einmal neun. Einmal neun, let's go. Oh, fuck. So, ich bin wieder dran. Fuck, ich pack's grad. In den 10 Packs waren jetzt sechs Elite Waffen. Das war so krass, Leute. Oh, Christ. 60 Packs noch. Let's go. Nochmal geile Scheiße. Passt wieder Triple Elite, komm. Oh shit. Oh, Triple Elite. Oh, passt auch letztlich auch einfach. Was ist denn das? Boah, das müssten wir auch anprobieren. Wie zieht man das an? Jawohl. Jetzt hast du es an, aber nicht gesehen. Oh, Triple Elite ist nicht so geil. Ne, aber ich beschäm mich jetzt mal nicht. Ja, das ist eine Elite Waffe, die sammeln alle Leute. Oh Gott. Exos, ich glaub, Exos werden wir heute alle durch haben. Auf jeden Fall. Oh. Halt Puncher. Das ist das beste ARX 160, was es gibt. Ne, es ist sogar besser. Oh, das ist nice. Ich glaub, jetzt kommt noch demnächst mal wieder eine Folge, die innen mit jeder Waffe, weil, ja, versuche ich es die ganze Zeit schon. Okay, das habe ich schon länger nicht mehr gezeigt, aber, jetzt habe ich endlich die Version davon. Ich frag's einfach nicht, was für Waffen wir bis jetzt gezogen haben. Ich weiß gar nicht. Boah, Strike. Let's go. Ohne Witz. Guckt ihr das an, Schussrad, äh, Schaden nach oben, Reichweite nach oben, Schutzrechte zwar nach unten, aber trotzdem, ohne Witz. Ich wollte grad sagen, was ich noch haben möchte, auf jeden Fall die Inferno und die Obsidian Steel auf dem Account. Aber sonst, was fehlt uns noch? Eigentlich nicht, wir haben Speak Easy. Du hast die Silver Bulli, glaub ich, auch da schon gezogen. Ähm, die Doktor wär noch krass. Ja, krass, ja. Elite, Elite. Oh, soll ich nicht so gucken. Drei Packs hau ich noch, das haben wir wieder dran. Elite, Frible Elite, komm. Oh, shit. Und auf jeden Fall auch krass, dass unser 100.000 Abonnenten-Special so punkten. So, ein Pack noch, komm, das muss jetzt geil sein. 20. Oh, war nicht so geil. Wir sind jetzt bei der Hälfte durch, das heißt, 50, komm noch. Ja, bitte, was geil ist. Komm, komm. Elite, Elite. Oh, ein geiles Surfer-Capt. Obwohl, dann ist der Helm weg. Nee, Anzeige ist raus. Geht nicht. Geht nicht, klar. Überhaupt nicht. Komm, Elite. Oh, wieder eine neue PDW? Ja? Jetzt hast du schon beide. Es gibt ja immer nur zwei Elite-Waren. Oh, Strider! Strider! Ohne Witz, die Waffe ist auch geil. Wir ziehen alles hier. So, Leute, wenn euch das 100.000 Abonnenten-Special genauso gefällt, wie uns, wenn ihr gerade genauso Bock habt, die vier, dann spritzt auf jeden Fall kräftig den Like-Button ab. Also für die Insanity alleine und für die Steak, die gab's jetzt auch schon. Du bist big easy, big easy. Der muss es killern, der könnte mal eine Spenge aufpacken. Oh, was? Der Menschen. Ey, ohne Witz, die alle Elite. Lol. Komm, Elite, Elite. Oh, oh, Triple Elite. Triple Elite. Let's go. Ey, so krass. Du kommst nicht mehr auf den Feiern. Was ist denn los? Okay, jetzt mal keine Elite. Oh, fuck. Oh, fuck. Ja, aber komm, die Insanity, äh, nicht Insanity, die Inferno muss jetzt noch kommen. Oh, oh, ey. Hauptsache, im Sinn, jeder Elite... Soll ich da mit dem Drex-Teil, wenn ins Gehirn... Wir hatten aber noch keine Doppel der Engel. Ja, stimmt, aber mit dem Drex-Teil, du sollst du damit machen, Granatwerfer... Elite, 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 Elite. Oh, E-Mens, Mona! Schaden, guck dir das an! Ey, ohne Witz, du bist wieder dran. Triple Elite außer dem Wiener! Was ist denn los? Oh, fuck. Oh, fuck. Ich habe mir auch schon richtig viele... Oh, fuck. Oh, fuck. Die hattest du auch noch nicht. Die hab ich schon gezogen, aber du hast sie auch. Ohne Witz! Aber ich habe noch nie so viel Lack gesehen. Oh, scheiße. Das Lack des Todes. Wie viele Elite waren wir noch? Oh, fuck. Oh, Gott. Ich pack's nicht. Was ist denn los? Ey, komm. Oh, Gott. Oh, Mann. Das ist unglaublich. Kann man sowas begreifen? Ich pack's nicht. Ich pack's einfach nicht. Wie kann man sowas mit Glück haben? Elite, Elite, Elite. Das Lätschein, Mann. Kippeln, Elite! Ja, ey, was? Es ist unmöglich. Oh, Gott. Komm, kippeln doch ein paar krasse Sachen. Eine MPF Goliath wär noch geil. Elite, Elite. Na, okay. Alles scheiße. Let's go. Elite, Elite. Oh, Ikle, ey. MK 14, Controller wegwerter. Ja, trotzdem. Die hattest du nicht. Du kannst dir eine Sammlung aufmachen. Warum nicht? Elite, Elite. Okay. Das war's doppelt, das Exo. Meinemes Ding. Oh, immer Waffen dabei. Es sind immer Waffen dabei. Oh, shit. So, letztes Pack für mich. Oh. Wieder die MK 14 Death Creator. Die hab ich, glaub ich, 749,3 Mal gezogen. Komm, jetzt zieh ich wieder. Jetzt zieh ich die Insanity. Noch mal. Elite. Zerfax auch doppelt. Anzeige ist dann schon mal raus. Elite. Oh. Ah, scheiße. Komm. Ist jetzt unter Glück vorbei. Kann's nicht sein. Kann nicht sein. Ohoho. Ohoho. Elite. Okay. Jetzt wie Nature mit der Nase, oder? Let's go. Anzeige ist raus. Scheiße. Ups. So, und ihr habt doch auf jeden Fall unsere krassen Product Placements im Hintergrund gesehen. Wer sich also ein T-Shirt gönnen will, oh shit, oder ist es so lächerlich? Hier ist das. Naja. Link in der Videobeschreibung. Ich glaub, die Dritte und so. Elite. Der Dritte lenkt oder so. Ja, wir können kein Dritte. Also, erlasst uns, wir sind nichts. Wir dürfen das. Elite. Oh, Slashheim, okay. Ich bin lecker. Wo? Bleiben die Elite-Waffen? Ich mein, ich bin jetzt schon ein bisschen enttäuscht. Ich glaub jetzt seit 25 Packs, keine Elite-Waffe mehr gesehen. Anzeige ist direkt raus, wurde direkt angenommen. Hey, die AK-12 Rest in Peace wär noch richtig geil. Die wär so geil. So, ein Pack mit der Zehe. Let's go. Komm. Oh, komm. Oh, komm. Das bringt kein Glück, hallo. Und wenn's mit der Nase? Der Nase stinkt, hallo. Was ist los? Nose-Pack hilft auch nicht. Scheiße. Jetzt drückst du mal drauf auf A. Okay. Oh, Glück. Ich bin ja der Lach-Tüter, oder was? Jetzt brauchen wir eine Waffe, komm. Sieben uns wieder was. Elite, Elite. Oh, jetzt werden wir Elite. Oh, mal gucken. Komm, wo bleiben die krassen Waffen? Oh, das haben wir schon. Auch schon doppelt jetzt mittlerweile. Ja, okay. Wir haben aber noch keine Elite auf die Doppel gezogen. Ja, das steht so. Du bist wieder dran. Die letzten 10 sind das, Leute. Oh, Gott. Jetzt geht's los. AK-12 Rest in Peace und... Inferno. Oder Obsidian Steed auch noch. Komm. Aha. Komm, eine wollen wir noch. Eine. Let's go. Kieb uns. Komm. Komm, bitte. Bitte. Let's do this. Oh. Oh. Pull Puncher noch mal. So, ich würde sagen, jetzt schließen wir die Augen und machen das. Let's do this. Gib uns. Elite. Was, habe ich Elite gehört? Ah, scheiße, Mann. Komm. Komm. Jetzt kommt dann die letzten 5 Leute. Oh, shit. Hey, jetzt kommt nichts mehr. Komm. Die letzten 5 Leute. Bitte. Zu zweit. Komm. Was? Let's go. Oh. Oh. Rest in Peace. Ohne Peace. Ohne shit. Ist das mein Glück, ey. Komm, wir haben noch mal gemeinsam. Komm. Jetzt du das. Bitte. Noch mal. Oh. Ja, gut. Guck dir den Schaden, weiss. Kann man lassen. Komm. Let's do this. Inferno. Oder so. Komm. Gib uns die Inferno. Elite. Oh. Fast ne Triple Elite. Komm. Let's go. Elite. Komm. Das letzte jetzt. Bitte. Bitte. Komm. Jetzt. Let's do this. Insanity. Elite. Insanity hatten wir schon. Bestimmt. Ich vergesse es einmal. Ey, ohne Witz. Rest in Peace haben wir jetzt auch noch gezogen. Ey, das war das erfolgreichste Pay Company jemals, was wir hatten. Ohne Witz. Ey, wir haben alle krassen Waffen gezogen. Warte, du kannst mal gucken, gucken, gucken. Lass mal gucken jetzt. Ups. Ups. Da klassen Editor. Komm. Let's go. Da. Okay, da haben wir keine gezogen leider. Aber wir haben AK12. Ups. Du bist no hands. Ups. So. Und jetzt da, guck. AK12 Rest in Peace? Ja, da geht's nicht. Dann haben wir hier die Hole Punch. Beide. Beide Elite Waffen und die Hole Punch, die krasseste Waffe. Insanity. Da, Thunder Task und die andere. MK14 haben wir auch eine Elite Waffe gezogen. Sogar beide. Bei den MPs haben wir die KF5 beide. Ohne Witz. Beide. Da haben wir keine gezogen. Nein, auch die Spicke haben wir gezogen. Nein, auch die Spicke haben wir gezogen. Die Strader und die Spicke Ease, alter. Besser geht's nicht. Da haben wir auch beide gezogen. Beide. Ohne Witz. SS6 haben wir auch. Ah, I'm a 9. Keine. Ey, guck dich mal das an. Seht ihr das, Leute? Seht ihr das? Seht ihr das? Ich hab glaube ich alle Varianten von der Kacke. Guck dich. Ach, das ist unglaublich. Aber ohne Witz. Wir haben fast alle Elite Waffen, die wir brauchen jetzt. Genau. Bei der MK14 habe ich auch eine Menge, glaube ich. Oh, ja. Ein paar. Ein paar. Auf jeden Fall. Die Doktor habe ich leider nicht gezogen. Oh, das packt jetzt ab. Aber Leute, ihr müsst Bescheid, alter. Wir haben alles bezogen. Das war das 100.000 Abonnenten Special. Das pünktlich kam, ja. Aber wir hoffen natürlich, das Ganze hat nicht gefallen. Ja. Hat ein bisschen was gekostet, muss man auch zugeben. Aber wir haben uns gedacht, für 100.000 Abonnenten. Ja, ihr habt es verdient. Weil so, wenn das das nicht wert war, Leute. Ey, das war so das Geile im Backup. Ey. Like Button, absolut vergewaltig, ist auf jeden Fall angesagt. Oh, ja. Wir hoffen natürlich, das Ganze hat dir gefallen. Und mal danke für die geile Zeit. Wir sind jetzt schon fast drei Jahre auf YouTube und Max. Auf jeden Fall. Geile Sache. Einfach krass, Leute. Ich würde sagen, das war's. Mehr haben wir nicht zu sagen. Wir haben die geilsten Waffen gezogen, die wir brauchen eigentlich. Und ja. Hast du noch was? Insanity. Hast du noch was? Nee. Dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video. Ja, morgen. Und ja. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.